Es geht jetzt los mit dem Umwetter. Das sind Kinder draußen, jetzt ohne Scheiß. 70 Stundenkilometer ist der Sturm. Was uns doch noch erwartet, ist der wahrscheinlich ein Gewitter. Das ist 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 ein Gewitter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020